Hier geben wir dir einen kleinen Überblick. Du erfährst, was unser Ziel mit den Reflexionskarten ist und was das Kartenset eigentlich beinhaltet. Den Kern bilden die Fragekarten. Das sind 67 Fragen in sechs Kategorien. Diese Kategorien sind mit unterschiedlichen Farben gekennzeichnet. Das ermöglicht dir einen schnellen Überblick. Gelbe Karten bilden die Kategorie Technik. Rot sind die Fragen zum Thema Taktik. Blau ist die Kategorie Atmosphäre. Grün sind Emotionen, Lila, Verhalten. Und die orangenen Karten sind Aktionskarten oder kleine Hausaufgaben. Neben den Hauptfragen findest du auf den Karten auch Unterfragen. Diese helfen, die Konversation zu starten, wenn deine Hauptfrage noch nicht für regen Austausch sorgt. Sie können dir auch helfen, die Antworten der Kinder zu präzisieren oder in eine bestimmte Richtung zu moderieren. Außerdem findest du auf den Fragekarten eine Einschätzung zur Schwierigkeit der Fragen. Gelb steht für leicht, orange sind die mittelschweren Fragen und Aufgaben. Rot sind für die Experten oder älteren Spielerinnen und Spieler gedacht. Alle relevanten Informationen findest du auf den vier weißen Informationskarten. Und den darauf verlinkten Videos. Doch wofür sind die Reflexionskarten überhaupt gedacht? Unser Ziel ist es, mit den Reflexionskarten Kindern und Jugendlichen Gehör zu verschaffen. Sie sollen mitreden, mitgestalten und ihre Meinung äußern können. Mit den Reflexionskarten geben wir ihnen dafür den Raum. Doch die Reflexionskarten fördern nicht nur den Austausch, die Kommunikationsfähigkeit und die Reflexionskompetenz deiner Spielerinnen und Spieler. Hier sind drei weitere Effekte, die du durch die Reflexionskarten mit deinem Team erzielen kannst. Erstens. Durch die Reflexion erhöhst du das Verständnis für dein Gegenüber. So lernst du die individuellen Gedanken, Bedürfnisse und Probleme deiner Spielerinnen und Spieler noch besser kennen. Was stört sie im Training und Spiel? Wann machen sie Quatsch? Was hat ihnen am Training besonders gefallen? Außerdem zeigen dir manche Karten, wie der Wissensstand der Kinder ist. Zum Beispiel, ob sie schon erklären können, was einen guten Pass ausmacht. Oder ob sie wissen, wie die ideale Passtechnik aussehen kann. Mit den Reflexionskarten verschaffst du deinen Spielerinnen und Spielern Gehör. Sie fühlen sich gesehen und definieren sich dadurch als aktiver und wichtiger Teil der Mannschaft. Zweitens. Du kannst mithilfe der Reflexionskarten das Trainingsklima optimieren. Durch deine Moderation könnt ihr gemeinsam reflektieren, wie ein optimales Training aussieht. Wann macht Training besonders Spaß? Was muss jeder Einzelne dafür tun, dass das Training optimal funktioniert? Wie muss ich mich verhalten, dass man gegenüber optimal lernen kann? Die Kids reflektieren nicht nur ihr Verhalten, sie dürfen auch artikulieren, was sie sich von den anderen Personen im Training wünschen. Durch eine geschickte Gesprächsführung kannst du so das kollektive und individuelle Verständnis für ein optimales Trainingsklima schärfen. Und du kannst sogar noch weitergehen. Aus der einen oder anderen Reflexion könnt ihr mit Sicherheit Regeln für den Umgang und das Miteinander im Training und Spiel ableiten. Und drittens können die Karten zum Wissenstransfer dienen. Und zwar nicht nur, wie sonst üblich, vom Coach zu den Kindern, sondern auch untereinander. Du erfährst, wer welchen Wissenstand hat, wie gut die Kinder technisch und taktische Sachverhalte erfassen und erklären können. Und durch das gemeinsame Sprechen über diese Sachverhalte lernen die Kids auch neue Sachen dazu. Wir wünschen dir und deinem Team viel Spaß mit den Reflexionskarten.